da vorne steht noch ein buggy vor den häuschen willst du den buggy dann musst du halt die halten mitnehmen dann fang ich hin nun auch zu hier bei mir bei der mauer direkt das war gut jetzt das habe ich dich gott sei dank ich wäre ausgerastet oder gegen ich auch ich war auch kurz davor sogar ein zweier bike mit direkt an leuten vorbeifahren ist der wagen im arsch ich muss das bike beim kurz rum manövrieren hier drin direkt rausfahren kann wenn es kommen sollte ich umfahren aktion haben wir ja der jeep raucht schon ziemlich ja macht das weiter für geräusche man bei mir macht keine Bei mir zittert das total. Alter. Der hält da an, oder? Nee. Doch, der hält an beim Stein auf 35 Grad. Oh ja, ist gut. In der dämlichen Alpha-Halle ist jetzt auch nichts mehr zu sehen. Der ist hier am Baum. Baum, 30 Grad, mit einer ziemlich krassen Waffe. Äh, kann ich... ...wir ich helfen? Was macht der denn jetzt da? Da ist er schon wieder. Wieder zwei Hits. Das ist eine AWP oder sowas. Alter, du hast dich so knapp vor dem Schuss geduckt, ne? Du hast dich geduckt und dann ist er wirklich... Der hätte ich... Alter. Zwei Hits. So knapp. Hey. Ich hab das gemacht. Wieder ein Hit. Der Toast war. Nee, da liegt einer auf 305 Grad. 305. Ja. Alter, ich hab den jetzt dreimal gehittet, mit der scheiß SKS. Ja, ich hab den ausgelockt. Ja, der liegt links, der dritten Glas. Bei dem Busch liegt das direkt. Ja, ab. Nice. Da oben rechts laufen sie doch. Voll offen. Mhm. Wenn er jetzt schießt, dann... ...wir müssen sofort drauf schießen. Jetzt ist er gleich wieder in Deckung. Scheiße. Die sind in Deckung jetzt rechts. Wo sind die links? Ja, die laufen offen. Jetzt hab ich natürlich keinen einzigen Schuss. Ich hab Angst vor rechts. Ja, die kommen auch gleich rechts. 100%. Einer ist ausgelockt. Ich check nach rechts, hab so gut ich kann. Einer ist tot, von dem der andere muss an dem Busch drin sitzen. Irgendwo. Der, wo ist der andere? Die beide jetzt tot? Nee, der hat gesmoked. Der läuft halt durch die Smoke, okay? Ja, ich gucke weiter nach rechts. Die rechts sind jetzt genau in der Zone. Rechts in der Smoke drin ist einer. Hat einen Headshot gekriegt. Die schießen von rechts. Hinten, hinterher sind uns. Ja. Oh Gott. Ich seh den überhaupt gar nicht. Er ist viel weiter rechts noch. Ich weiß, der ist hinterher. Ich hab das wohl gehört wo, aber... Problem ist... Ich hab keine Weste mehr und keinen Hilf. Ja, ich... Ich hab auch schon die ganze Zeit... Ja, der Typ hinten muss halt durchlaufen, der da auf dem Weg liegt. Ja. Sitz jetzt schon in der Zone. Sind hier... Du musst doch rechts am Baum sitzen oder so, oder? Einen hab ich. Weiter rechts nur hier am Baum. Oder Richtung Baum. Gut, nur noch der eine andere. Ich muss mich jetzt erstmal heilen. Es tut mir leid, aber... Die Zone wird mich hier ausmachen, Alter. Ich kann dir nicht helfen. Es wird zu riskant. Warte ich einfach... Weißt du? Äh... Alles gut. Du mal kurz ab. Ach Mann. Du mal kurz ab. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.